Hello everyone, that's me today. I'm doing an English lesson. Here are my students online. Ich bin bei Jitsi und leider ist die Stummschaltung, habe ich hier, wie man sehen kann, aufgelöst und die Kinder können mich nicht hören. Da ist wohl ein tiefer liegendes Problem, was ich nicht feststellen kann. Und ich bin ein bisschen traurig, deswegen habe ich jetzt hier aufgeschrieben, dass es nicht klappt und dass die Kinder auf Seite 18 arbeiten sollen. Aufgabe 9, 10 und 11. Okay. Es ist sehr schade, weil wir haben nicht viel machen können heute und ich weiß halt nicht, wo das Problem liegt. Ich weiß nicht, warum Jitsi, das ist dieser Chatroom, der da nicht funktioniert. Ich werde das Video natürlich meiner Schulleitung weiterleiten, dass sie sehen kann, wie das hier so klappt und dann kann das vielleicht irgendwie behoben werden. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Das ist sehr merkwürdig. Aber ich habe jetzt hier die Aufgabe gestellt für die Kinder und die müssen das jetzt leider lesen. Aber da sie in der zweiten Klasse sind, können die ja Druckbuchstaben lesen und somit, ja, haben die die Aufgabe jetzt erhalten, sodass nichts unbelassen ist. Okay, tschüss! Okay, Tschüss! Okay, Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020